Hallo Lord Tropicana und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Part Tropicor. Wir sind immer noch damit beschäftigt, unsere Verteidigungslinie auszubauen. Uns bleibt ja auch nichts Großes übrig. Außer unserer Fischereiflotte. Oh wey. Geld ist absolut eine Mangelware im Moment. Unabhängig seines Doofen. Wann gehen hier endlich die paar Arbeiten voran? Hore Priorität. Ist tatsächlich ein Baubüro, außer mir dort genug Leute drin. Ja doch. Da auch sogar ein Tycoon hinter dem Tresen. Hmhm. Okay, okay, okay. Gebäudeeinnahmen steigen um 5%. Was produziert denn Geld? Bringt das was? Ich hab keine Ahnung. Wie sieht's ja eigentlich mit den Upgrades aus. Sind die noch aktiv? Ja doch. Wie sieht meine Uniform aus? Und ihr geht mir dann noch... Wo war die Mine? Hier. Hier hinten. Kostet mich zwar ein Tausender, aber egal. Ne, wir haben wieder Geld. Wird's halt noch so ein Wachtturm zu bauen. Oder zwei. Dann geht hier alles voran. Vielleicht müsste ich ein zweites Baubüro eröffnen. Ich weiß nicht so recht. Die Bürger-Tropicos sind soziale Wesen und treffen sich an den merkwürdigsten Orten. Und sie bauen Parkplätze, um die Qualität ihrer Autos zu vergleichen. Während sie über das Wetter sprechen. Hier bekommen Stoßstangen neue Verzierungen. Und jeder kann frei sagen, was sie über den anderen denkt. Ah, diese Anspielungen. Ich hoffe, ich muss jetzt niemanden erklären. Wenn du es wahrscheinlich versteht, ist jemand irgendwie anders als ich. Universität. Ah. Bietet eine universitäre Ausbildung für Bürger mit einem Highschool-Abschluss. Ah. Sagt Forschungspunkte. Ah. Forschungslabor. Neuzeit. Ah, eine Klinik. Gönn dir. Wo kommt die Klinik denn? Hier an den Straßenrand. Da ist gut. Mhm. Okay, hier sind wir fast fertig. Geben wir mal ein bisschen Gas. Ja, wir sind fertig. Das überhängt gleich mal die Theodora. Sie ist dafür gut geeignet. Was? 48 Prozent? Moment. Rebellen bedrohung. Keine Militärlorität. 42 Prozent. Niedrig. Beliebtheit. 45 Prozent. Ja. Hm. Nicht gut. Jetzt müssen wir wieder Wohngebäude bauen. Dachlos. Zehn Stück. Sechs Hütten. Ja. Dachte ich mir. Bauen wir mal ein größeres Wohngebäude. Mal wieder. Sobald wir Geld haben. Versteht sich ja von selbst. Und eventuell noch die eine oder andere Mine. Bitte deckt beim Rückzug auch das hier auf. Das wäre so freundlich von euch. Das glaubt ihr gar nicht. Wie freundlich es wäre. Jo. Hier gibt es Arbeiter. Arbeitslust 34. Ja. Hm. Da geht noch was. Da geht noch einiges. Und da kommt ein neues Boot. Unsere Handelschiffe haben Waren aus der Rücken im Wert von 1215 ins Boot. Achso. Jetzt sind höchstwahrscheinlich die Fische, die da weggehen. Ja. Verstehe ich. Antoinette. Exportziel. Fisch. Ziel. Alliierte. Fisch 3000. Geben wir ein wenig Gas. Ein wenig Kohle zu generieren. Denn Kohle wird ja sehr nützlich sein für uns. Bauen wir gleich nochmal von dem Geld. Das Bergwerk. Haben wir auch bitter nötig. Straßenanschluss. Kein Straßenanschluss unter dieser Nummer. Ja, ich liebe diese eckigen Straßen. Ja, zu hoch. Ähm, so. Barst. Wackelt und hat Luft. Hm, hm, hm. Was kostet nochmal so eine Mietskaserne? 3.000. Da gehen wir halt mal ein wenig in Vorinvestitionen. Eh, wir haben eine Mission, habe ich gerade gesehen. Wo bauen die Schlawiner ihre Hütten? Ach da. Und wir bauen dann hier unsere Mietskaserne hin. Der Orden hat seine Kontakte überall, Präsidente. Unser Mentor Leon Kane hat mich einigen zwielichtigen Typen vorgestellt, die auf Isla Rocha wohnen. Sie könnten uns helfen. Wenn wir ihnen den richtigen Anreiz bieten, versteht sich. Okay. Diese Personen haben angeboten, beim Beginn der Invasion einige der feindlichen Schiffe zu sabotieren. Das kostet natürlich eine Kleinigkeit, versteht sich. Zahlen sieht sich aus, nach der Staatskasse. Die Invasionstaatkräfte geschwächt. Und hier. Und hier. Äh, ich meinte hier. Präsidente, die Welt hat sich verändert. Wir müssen eine trostlose Dystopie errichten. So etwas verspricht in der Zukunft den meisten Erfolg. Dafür benötigen wir Industriegebäude und idealerweise solche, die die Umwelt verpesten. Und wir brauchen mehr als eins, sonst kann sich kein über... Kein übler Konzern von mir. Aufgabe. Besitzen Sie zwei unterschiedliche Industrien auf der Insel. Technologie Stahlwerk. Annehmen. Die Geldbewegung hat zugenommen. Meine Psychologiebücher sagen, dass ich sie belohnen sollte, damit sie öfter solch kluge Entscheidungen treffen. Mhm. Nehmen wir mal was auf das Schweizer Nummernkonto. Wer weiß, wann wir wieder jemanden schmieren müssen. So, hier läuft's gut. Kohleaufbereitungsanlage. Ah, Bergwerkohle. Okay. Was haben wir hier? Kohle. Hm. Mhm. 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 Ja, wir müssen nun weiterhin unsere Wirtschaft ausbauen. Bringt alles nix. Was sagt unser Handelsdingskirchen? Erst 4.557. Und 66.000. Das ist schön. Jetzt hab ich ein Haar im Auge. Das kommt mir ja sehr gelegen. Oh, was. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Wahlen? Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Sie müssen entscheiden, ob die Bürger wählen dürfen oder nicht. Sie sollten außerdem überlegen, ob ein Mitglied auf dem Löffel des Amtes Präsidenten kandidiert. Umfrage zeigen, dass 48% der Bürger für sie stimmen würden. Hm. Nein, nicht nötig. Ich weiß, dass mein Volk mich liebt. Ja, natürlich. Ich weiß, dass mich jeder Bürger unterstützen wird. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben. Aber was spielt das schon für eine Rolle? Sie müssen entscheiden, ob die Bürger wählen dürfen oder nicht. Sie sollten außerdem überlegen, ob ein Mitglied ihrer Familie für das Amtespräsente kandidiert. Umfragen zeigen, 48% der Bürger für sie stimmen würden. Hm. 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 Ich glaube, José Silver bleibt Präsident. Schauen wir uns mal die Wahrheit an. Wow, Agathe Mendez. So nischt. Kann ich dich irgendwie töten lassen? Oh, Agathe. Was hab ich getan? Nein. Ich muss das fürs allgemeine Gemeinden wohl tun. Elektrizität. Ein Kabarett bauen. Kabarett. Äh. Nein, Snellbauen kann ich mir nicht leisten. Was soll ich dann sonst noch bauen? Tourismus. Nein. Eine Kirche. Ja. Das ist doch unglaublich. Nein, nein, nein. Was hab ich da getan? Woran liegt das? Agathe Mendez? Wo bist du? Fraktionen. Litarristen. Gleichgültig. Kommunisten verhasst? Bitte was? Hm. 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 Wo ist Agathe Mendez? Agathe, wo treibst du dich rum? Schmuddelkatz, Schmuddelkatz, du bist so ein süßer Fratz. Hahaha. Das war gut. Aber ich suche immer noch Agathe. Guten Tag. Agathe, was machst du beruflich? Pop, pop. Äh, Alma noch. Wo sind die Bürger? Von der Dynastie. Hm. Agathe Mendez. Agathe Mendez. Guck, death. Hm. Ne Deutsche. Dieser Bürger wird hingerichtet. Familienmitglieder und Zuschauer werden wütend. Erhöht die Zwischung des Bürgers und seines Partners und erhöht den Familienwohlstand der Zivilperson. Mir bleibt nichts anderes übrig. So. Agathe Mendes gibt es ja nicht mehr. Wieso zur Hölle stehen immer noch Wahlen an? Präsident, wir konnten einfach keine Entdeckungen machen. Also beschlossen wir, die größten Errungenschaften der Franzosen zu stehlen. Sehr gut. Dummerweise brachen wir daraufhin in ihr Museum für Militärgeschichte ein und brachten nur diese weiße Flagge mit. Sehr gut. Auch nicht schlecht. Botschaft 3 geschaltet. Gehen wir mal in die Forschung und gucken uns mal an, was wir erforschen können. Tischmanieren, Delegation, Bündnis, Stahlwerk, Panzer, ja. Ja. Mhm. 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 Wie kann ich jetzt auf die Kürze meine Beliebtheit pushen? Mhm. 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 Ja. Mhm. 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 Oh mein Gott ist nahm. Ja. Ja. Ich würde ja ekelhaft. Warum hab ich da nur Ja gesagt? Mit 48% geht mir noch keine Wahlen ein. Aber die Agathe Mendes gibt es ja nicht mehr. Wieso steht die immer noch zur Wahl? Hm. Hm. Irgendwo der Beläubung durch Strom. Ja, Kraftwerk. Prozieren sie Strom aus Kohle und Airgas. Kunden mit großem Budget werden bevorzugt bedient. Ja, das Geld haben wir aktuell nicht. Hm. Was passiert, wenn ich die Wahl verliere? Gegen eine Tote. Hm. 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 Wie kann ich helfen? Wie du lebst noch? Hm. Agathe, das finde ich nicht gerade nett. Viel Unterhaltung. Das war sehr unterhaltsam. Mehr Spaß hat schließlich noch keinen geschalt. Mittlere Zustimmung. 6 Monate. Was soll ich tun? Panik. Kann ich nicht irgendwie die Wahlen aussetzen? Hm. Hm. Sicherheit, Gesundheitsversorgung. Gut, pumpen wir noch etwas Geld in die Gesundheitsversorgung. Gesundheitsversorgung. Irgendwo wo Leute wohnen in der Nähe, würde ich mal behaupten. Hm. Unser Mentor, Leon Kane, hat mir beigebracht, dass es nie zu viel Gewalt geben kann, um einen militärischen Konflikt zu lösen. Nicht? Ein größeres Stehen ist hier mit vor besonderem Augenmerk aufgepanzerte Fahrzeuge, die Entschlossenheit der Invasoren ins Wanken bringen. Besitzen sie zwei Militärbasen. Belohnung, Invasionsaufschub, 24 Monate. Er ist noch nicht die Wahlen gewinnen. Herr Presidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Ich weiß, Benultimo. Aber was soll ich tun? Die Wahlen stehen bevor und ich liege zurück. Nach Meinung der Militaristen sind Ihre Treuen. Sie lieben Untertanen sehr traurig, wenn Sie keine Verordnung erlassen, wo wir davon sprechen. Wie wäre ein militärischer Drill? Erlassen die Verordnung militärischer Drill? U15 beim Militaristen. Militärischer Drill? Boah. Heute startet die Militärübung. Ladies, ihr wisst, was das bedeutet. Kommt schnell zur Jolly Roger und schnappt euch die besten Plätze, um zu sehen, wie Männer in Uniform gegen die unsichtbaren Gegner von El Presidente kämpfen, während ihr an eurem Mojito nippt. Vergesst die Feldstecher nicht. Guten Abend. Verstechen. Er erhöht die Zustimmung des Bürgers und seines Partners und erhöht den Familienwohlstand. Ist die Zielperson oder der Partner, ist der Zielperson eine Fraktionsführer? Beeinflusst diese Aktion die Fraktion? Aha. Ich brauche einen Fraktionsführer. Politik, Fraktionen, Kommunisten. Bist du der Fraktionsführer? Nö. Du kannst mich nur gut leiden. Er ist der Fraktionsführer hier. Probieren wir es mal. Hm. Und anscheinend nichts, ne? Elendige Kommunisten. Ja, noch eine Aufgabe. Können wir uns nochmal anschauen. Aufgrund des Krieges steigt der Stahlpreis ständig an. Mhm. Wir sollten jetzt davon profitieren. Jo, machen wir. Aber wie soll ich ohne Stahl ein Stahlwerk bauen, Mädchen? Hm. Kann mir doch nicht mal den fünften Wachtturm leisten. Gebaut wird hier auch nichts. Nee, Kabarett. Ein Kabarett, ein Kabarett. Hm. Ich glaube, die Wahl ist verloren. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wie ich mich noch pushen kann. Eine Wahlrede. Wieso gibt es keine Wahlreden mehr? Können wir irgendwas an der Verfassung ändern? Oh, können wir nicht. Das ist ja schön. Hm. Naja, wie die Wahl in vier Monaten enden, sehen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage mal Tschüss. Gut. Ich bin nicht immer sch flavours. estado und bei dir deinen Weich. Wieso? Uhm? Oh, ja. Ich bin nicht auf and ill. Und dann. seem. Leick. Liedin.